So, da geht es auch schon wieder weiter mit der nächsten Level Up Marke und die befindet sich, wo müssen wir hin, ab zur Ruine, die ist da unten, ich selbst weiß noch nicht wo die Mütze, bzw. die, wie denn Mörser denn, wo das Level Up Zeichen ist, aber wir werden das ganz easy finden, weil sobald man in der Nähe ist von dem Zeichen, poppt es halt auf und dann muss man nur noch gucken, ob oben oder unten, aber ich denke mir, das werden wir zusammen schon ganz easy finden. Bis jetzt habe ich persönlich noch keine Marke gehabt, die ich wirklich suchen musste, aber ich habe ja gesagt, wenn ich mit Fortnite wieder anfange, dann mache ich auch alles für euch. So, aha, alleine sind wir schon mal nicht, jetzt achten wir mal auf die Karte, wo es aufpoppt, aber ich denke mal, hier oben, ja, er wird aber wahrscheinlich vor mir in der Waffe sein, und er wird der 31er sein, oder nicht? Er wird der 31er sein. Guck mal, was für ein Hund. Er muss den Kill haben, ganz wichtig für ihn. Also, in dem Sinne, ihr habt gesehen, wo die Marke ist, wenn nicht, einfach nochmal zurückspulen, gerne noch ein Like da lassen, gerne noch ein Abo da lassen, und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe, zwei Stück haben wir noch, und in dem Sinne, haut rein. Also, da wird der Heilige Julian, wie sind Sie bei der Tat, woanders ihn von oben sage, ansehen? So, wie meine Jungs und EU, meineardı Analytical kommen eigentlich. Wir können jetzt